ARD Text im Auftrag von Funk Freunde, da sind wir schon. Wir gehen noch mein Wasser aus der Caray Sanchez Tasse und geniessen. Freunde, wie geht es euch? Ich hoffe es geht euch gut. Willkommen bei der neuen Folge der Caray Sanchez Show. Wer habe ich als Gast? Er ist vom gelähmten Lüftungsspengler. Bis zum SVP Nationalrat. Und noch weiter. Er ist auch erfolgreich Unternehmer. Eine Weisheit, die ihn immer begleitet hat, ist Herr, gib mir die Kraft, das zu ändern, was ich ändern kann. Gib mir die Gelassenheit, das zu ertragen, was ich nicht ändern kann. Und gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ladies and Gentlemen, heissen Sie bitte ganz herzlich willkommen SVP Nationalrat Andreas Glarner. Hallo, Corey. So bist du willkommen. Danke schön. Wie hat dir meine Kooperation gefallen? Kann man das sozusagen ein bisschen unterschreiben? Wie hat das klingt für dich? Realistisch, ja. Gut, das wollten wir. Wer haben wir heute in der Show? Es ist einer der grössten, wichtigsten, einflusserischen Politiker der Schweiz. Vom Studienabbrecher zum Nationalrat Fraktionspräsident der grünen Schweiz. Ladies and Gentlemen, heissen Sie ganz herzlich willkommen, Balthasar Glättli. Balthasar, schön bist du hier. Ja, schön. Thanks for having me. Freut mich. Sehr gerne, Balthasar. Du bist am Smilen, es geht dir gut? Ja, mir geht's gut. Und zwar einfach, weil jetzt draussen wieder die Sonne scheint. Und so nach dieser ganzen Corona-Zeit ist es doch so, dass man es gerne hat, wenn man wieder raus geht. Okay, ja, das kann ich unterschreiben. Die Sonne, die macht's. Balthasar, wir haben vieles vor, wir müssen schnell machen. Weil du kennst Thomas Gottschalk mässig, wer denn das wir überziehen immer. Heute probieren wir in der Zeit zu bleiben, auch deine Zeit ist wichtig. Wir fangen an mit den Top 3 Promi-News. Wir schauen schnell, was ist bei der Sevilla-Prominenz gegangen. Ich habe aber mehr politische Themen ausgesucht. Gut, und wahr. Sepp Drütsch hat sich über die Fasnachtler lustig gemacht. Er hat gesagt, die Einsiedler sind Trottel. Was die hier Fasnacht feiern. Wie siehst du da? Rausen gehen feiern oder zu Hause bleiben und Masken tragen? Also Masken tragen ja, aber nicht Fasnachtsmasken. Das ist mein Motto. Das ist sehr schön gesagt. Sollen wir Fasnacht feiern in der Zeit, in der wir jetzt sind? Wahrscheinlich ist es besser nicht. Aber für die Ineinsiedler habe ich volles Verständnis. Ich kenne den Menschenschlag ein wenig. Die lassen sich ganz sicher nicht verbieten. Ja, das hat man auch gesehen, oder? Wir kommen aber gleich zu den nächsten. Wir wollen nachher reden. Der SP, Seiler, Graf und SVP, Burgherr. Hast du sicher mitbekommen das Streitspräch? Nein, leider nicht. Aber ja, okay. Es geht um die Lockerungen, die jetzt angeteilt sind und auch werden kommen, oder? Wie viel für Max? Die SVP sagen, jetzt positioniert sich mehr. Machen den Laden wieder auf, auf Deutsch gesagt. Die Wirtschaft wieder ankurbeln. Wir wollen wieder arbeiten. Wir müssen Jobs generieren. Wir müssen wieder die Wirtschaft ankurbeln. Ich denke, du stehst hinter dem. Oder wie ist deine Persönlichkeit? Ja, nein. Ich meine, wir können es uns einfach gar nicht mehr leisten. Und ich glaube, für die rückläufigen Fallzahlen geben uns das Recht. Jetzt müssen wir wieder aufmachen. Wir müssen die Leute wieder leben lassen. Und wir müssen vor allem lernen, mit dem Virus zu leben. Dann hat es noch Streitspräche zu den Lockerungen, vor allem zwischen der SP und der SVP. Also alle sind am diskutieren. Wo würden die Grünen auch positionieren, was eine Lockerung angeht? Aufmachen oder zumachen? Wir sagen sicher öffnen. Das heisst, so lange zu behalten, bis es eben klar ist, dass man nicht wieder in eine dritte Welle kommt. Im Moment sind wir am Anfang einer dritten Welle. Das wäre sicher der falsche Moment zum Öffnen. Man muss auch wissen, dass die ersten etwa 20% der besonders verwundbaren überhaupt schon eine Impfung haben können. Zumindest die müssen ja geimpft sein, bevor man neue Öffnungsschritte in Betracht sein kann. Okay. Gekauft. Wir sind schon bei Punkt 3. Das BAG hat für Ärger gesorgt und die PHS, was Positivitätsroten angeht etc. Das BAG sowieso hat sich viel Vertrauen auf dem Volk verspielt. Was würdest du für eine Botschaft an das BAG weiter so machen? Oder wie gewinnt ihr das Vertrauen wieder von dem Völkerung? Ja, also weiter so. Das hilft dann sicher nicht. Sonst sinkt es unter Null. Aber ich glaube schon, einerseits natürlich in dem Sinne eine Fehlerkultur, wenn man Fehler gemacht hat, dass man dann dazu steht. Aber auf der anderen Seite, ja, noch besser wäre nicht mehr so viele Fehler zu machen. Eben ja. 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 Es ist, es ist, ja, ich meine, es ist wirklich so. Man hat das Gefühl, ich finde vor einem Jahr, dass dort nicht alles super gelaufen ist. Da haben wir alle Verständnisse. Es ist die erste Pandemie, die erste Welle gewesen. Da ist niemand so super vorbereitet gewesen. Jetzt finde ich langsam doch, also ja, auch jetzt das Ganze mit den Impfstrassen. Was hätte man jetzt eine können, hätte man keine können, etc. Also, ja, am Schluss finde ich, ja, also man hat sich nicht nur mit dem Raum bekleckert, allerdings nicht nur das BAG, auch die Kantone. Zum Beispiel, was das Tracing anbelangt. Also, dass man zig verschiedene Lösungen macht, statt dass die Gesundheitsdirektoren mal zusammenhacken und sagen, Tracing ist ja das gleiche, ob im Osten, im Westen, im Süden oder im Norden von der Schweiz. Da kann man eine Lösung machen, Tatsch. Kostet halb so viel, ist doppelt so gut, doppelt so schnell. Also, warum hat man das nicht gemacht? Vielleicht noch ein kurzer Sanchez-Spruch an dieser Stelle. Freunde, wir haben alle den gleichen Feind. Tue nicht die ganze Zeit euch bekämpfen. Schafft einmal ein bisschen mehr zusammen. Wer nimmt das BAG noch ernst? Was muss das BAG jetzt machen in der Kommunikation? In der nächsten Zeit, um vielleicht auch wieder das Vertrauen zurück zu gewinnen? Ja, ich glaube, das Vertrauen ist verspielt. Ich sage einmal scherzhaft. Wir können es jetzt umbenennen in BAGP. Bundesamt für grosse Pannen. Also, ich glaube, da ist es in einer Basen aus dem Misten fällig. Also, das geht nicht mehr so weiter. Klare Ansage. Du, es macht Werbel in den Medien. Also, jetzt würde ich aber sagen, wir kommen zu dir. Wir kommen zu dir, Andreas. Ähm. Ich möchte heute eher die philosophische Fragen stellen aus der Vogelperspektive betrachten. Und nicht auf was ist heute gerade, sondern was ist allgemein für unser Land in Zukunft? Das ist das, was mir am Herzen liegt. He? Also, ich möchte die grossen Fragen heute beantworten. Ähm. Die aktuelle Lage auf der Welt haben wir in der Menschheitsgeschichte einmal bis jetzt gehabt. He? So, wie sie wirklich ist durch den Virus, durch die Pandemie. Um unsere KMU-Landschaft, aus meinem Blickwinkel betrachtet, steht es schlecht. Wenn wir so weitermachen, werden wir langsam zu Sklaven der Megakonzernen aus China und Amerika? Ja gut, das ist halt mit der Digitalisierung und mit dem Internet sowieso nicht ganz abzuwenden gewesen. Aber wir sind, glaube ich, clever genug, um eigene Strategie zu erfahren. Wo ich ein wenig staune, ist etwas ganz, was fast im Verdeckten abläuft, obwohl es immer wieder thematisiert wird. Das ist die neue Seidenstrasse. Ich glaube, dort laufen wir wirklich von und rein. Also, wenn wir da nichts entgegensetzen haben, dann Gnade Gott. Was würdet ihr dort entgegensetzen, kann man das sagen, in zwei, drei Sätze? Ja, einfach halt auch Strategien entwickeln, um dem zu begegnen. Und ich glaube, die Schweiz hat es immer wieder fertiggebracht mit eigenen Ideen und extrem viel Cleverness. Wir sind ja das Land ohne Rohstoff, das Land ohne Mehranstoss und sind trotzdem eines der reichsten Länder der Welt. Aber für das müssen wir wieder auf unsere alten Disziplinen zurückkommen, die da heissen, Fliess, Eigenständigkeit, Pünktlichkeit, Erfindergeist, Innovation zulassen und tiefe Steuern. Das ist das Wichtigste. Tiefe Steuern, oder? Ja, weil tiefe Steuern erleben einfach dann auch das Geld wieder zu reinvestieren. Was jetzt läuft im Moment, jetzt gehen wir natürlich voll Richtung Staatssozialismus. Und wenn man jetzt von tiefe Steuern redet, nimmt das schon fast nie mehr mehr ernst. Weil man wüsstet, was wir jetzt im Moment da rauszuhauen sind, muss mindestens eine Generation zurückzahlen. Darum umso mehr ist jetzt wirklich Masshalter angesagt. Jetzt wäre die Chance, dann auch den Staat runterzufahren. Ich sage im Aargau, mindestens 20 Prozent müsste jetzt die Verwaltung runterfahren. 20 Prozent, ja. Das ist eine höhere Zahl. Wenn das weiter so geht, werden wir langsam oder sicher zu Sklaven der Megakonzernen aus Amerika und China? Kommt das? Also es ist ja eine alte Diskussion, dass man sagt, es ist nicht mehr wie früher der Widerspruch zwischen Staat auf der einen Seite und der Wirtschaft der Firmen auf der anderen Seite, sondern es ist eigentlich die Staaten, die Konzerne und die kleine Wirtschaft. Und das hätte man ja eigentlich mit der Konzernverantwortungsinitiative adressieren wollen. Also die Großen müssen sich an Regeln halten. Ja. Heute ist es so, die Kleinen müssen sich an Regeln halten. Die Großen gehen dort hin, wo man dreckige Geschäfte machen kann. Und das sollte nicht länger so sein. Okay. Wir gehen gleich weiter, sehr gut. Geld verdienen kommt vom Wort dienen. Man sagt, der, der in der Gesellschaft am meisten Nutzen bringt und am meisten dient, soll auch am meisten Geld verdienen dürfen. Oder? Gut, so ist unser Lohngefühl ja nicht in der Schweiz, oder? Genau, das würde ich auch sagen. Jetzt meine Frage ist, es gibt einige Leute, die auch in der Politik einen anständigen Zahltag geniessen. Oder? Meine Frage ist, was ist der Beitrag der Grünen Partei zum Wohl unserer Schweizer Gesellschaft? Was macht ihr? Wir schauen voraus. Also wir schauen, dass man auch in einer Zeit in der Covid-Krise nicht vergisst, dass wir unsere Fundamente nicht zerstören dürfen. Also Biodiversität, also Vielfalt vom Leben. Man kann nicht... Im Moment gibt man Milliarden an Subventionen aus für Tauern. Man hat jetzt auch beschlossen, man gibt die weiter aus. Aber man spricht nicht darüber, wie sie ökologischer werden können. Dabei gehen die Böden kaputt. Ein Drittel der Trinkwasserquellen sind mit Pestiziden verschmutzt. Das geht nicht. Also wenn man schon Geld gibt, und da bin ich dafür, den Bauernstand muss man unterstützen. Dann sollte man auch sagen, jetzt macht ökologisch saubere Produktion. Da möchte ich noch schnell einhängen, ökologisch saubere Produktion, oder? Als gelernter Lebensmitteltechnologe ursprünglich. Ich habe natürlich gesehen, was der Unterschied ist zwischen Industrienahrung, Convenience-Nahrung und Echternahrung. Und der ganze Convenience-Food schadet eigentlich dem Körper und dem Geist langfristig. Aber solange wir da Grossfirmen wie Nestle etc. haben, können wir eigentlich das vergessen. Es wird immer so sein, es gibt ein Bio-Reform-Häuschen. Die sagen, Essen ist mir wirklich wichtig. Die wissen, sie sollten Deko einkaufen. Alle anderen gehen selber Lidl posten. Valdosar, wie willst du das aufhalten? Ich glaube, wir müssen schauen, dass eine gesunde Nahrung, wo Nahrung einen nicht krank, sondern gesund macht, dass das ein Standard wird. Fairerweise muss man sagen, heute kriegst du Bioprodukte nicht nur im Bioläden oder auf dem Hofladen. Aber weisst du, wo Bio draufsteht, ist schon lange nicht Bio-Baldosar? Doch, wo Bio draufsteht, müsste Bio drin sein. Das Problem ist, wenn du... Müsste, ist es aber nicht. Ja, doch, wird kontrolliert. Aber was du natürlich nicht machen kannst, ist, wenn du quasi eine Gesamtverschmutzung hast, ich sage jetzt zum Beispiel, in der Luft oder es fehlt nebendran oder so, dann kannst du es nicht. Da kannst du einen Biopauer letztlich auch nicht den Vorwurf machen. Darum sagen wir, man muss die gesamte Landwirtschaft ökologisch gestalten. Dann ist auch Bio noch ein bisschen mehr Bio drin, als nur drauf. Okay. Hat er etwas? Ich sage immer, produziert ihn, hergestellt ihn. Oh, Fragezeichen. Okay. Jetzt in der Partei der SVP gibt es natürlich auch einige, die einen anständigen Zahltag geniessen. Meine Frage, wie würden wir den Beitrag der Partei zum Wohle der Schweizer Gesellschaft beschreiben? Was ist der Beitrag der SVP zum Wohle der Schweiz? Ohne uns wäre die Schweiz inzwischen die EU und das wäre ein riesen Fiasko. Wenn wir sehen, was dort abläuft. Das heisst, der wichtigste Beitrag ist 1992 passiert mit dem Kampf gegen die EWR. Und läuft jetzt dann wieder mit dem Kampf gegen das Rahmenabkommen. Und es gab immer Parteien, die uns entweder die rechte EU führen und übrigens auch Parteien, die jetzt im Rahmenabkommen noch verzweifelt Ja sagen. Und das hat man nicht vergessen. Also das ist mir wirklich kurz aufgeschonen. Bei der FDP gab es mal einen Bundesrat, der in den Kriegsjahren sagte, wir sollten uns anschliessen. Es sind mehr und weniger verklausuliert. Dann hat Billy Gola. Und jetzt haben wir wieder FDP, die uns irgendwo anschliessen wollen. Also, die Schweizer seien wachsam. Okay. Da habe ich noch eine Frage zum Euro allgemein. Als man den Euro schon eingeführt hat, hat mir mal ein sehr weiser Wirtschaftsmann gesagt, eine Währung für ein Land muss wie ein massgeschneiderten Anzug sein. Weil jede Währung, du hast es vorhin gesagt in der Schweiz, wir haben nicht viel Rohstoff, oder? Jede Nation funktioniert anders. Und darum muss eine Währung auch wie ein massgeschneidert Anzug sein. Das heisst, es war sowieso sinnlos, eine einheitliche Währung darüber zu stülpen, über Nationen, die völlig unterschiedlich funktionieren. Wie lange bist du im Euro noch bis zur Abschaffung? Ja gut, Abschaffung ist ein grosses Wort. Wahrscheinlich gibt es einen Zusammenbruch. Abschaffung würde ja noch heissen, wir möchten noch Koordinierte loswerden. Ich glaube, es gibt einen Zusammenbruch. Es wird irgendwann ein 2 Euro gehen, schwer und ein leichter. Aber ja, ich muss unvergessen, bei der Einführung haben führende deutsche Ökonomen geklagt und gesagt, das könnt ihr gar nicht machen. Das ist gegen das Grund gewesen. Sie können keine so eine Währung einführen. Und dann hat man gesagt, doch mit diesen Konvergenzkriterien, 60% Gesamtverschuldung, 3% Neuverschuldung jährlich, sollte man es herbringen können. Uns ist jetzt in Irland gegangen, ist das erste Land schon ausgeschert. Und nachher musste man mit Griechenland und weiteren Staaten ausscheren. Also man hat den Euro ad absurd umgeführt. Wir schauen, wie es weiterläuft. Es ist spannend, es bleibt spannend. Wir müssen schon fast wieder zum Ersten einspielen. Aber ich habe noch eine ganz gute These. Der berühmte Historiker Yuval Noah Harari hat auch viele gute Bücher geschrieben. Er sagt, KI und Biotech können uns in Zukunft von unserer Säugetierform befreien. Ich hole es schnell aus. Künstliche Intelligenz soll den Menschen in Zukunft sogar ihren Lebenspartner vorbestimmen. Und es geht in die Richtung von Entmenschlichung hin zu einem Cyborg-Hybrid-Wesen. Weil, was viele nicht sich damit auseinandersetzen, die Singularität ist 2045 erreicht. Das heisst, KI, die künstliche Intelligenz, übertrifft die menschliche Intelligenz. Ist das auf der SVP, in welcher Partei, irgendwo auf einem Zettel die Entwicklung, was die Technologie mit uns als Menschheit wird machen? Und wie viel Freundbestimmung oder Selbstbestimmung, das sich da verändert durch die künstliche Intelligenz? Vor allem durch die Singularität? Ich glaube nicht, dass es so schnell so weit kommen wird. Aber natürlich ist KI ein Thema, das uns immer beschäftigt, das auch vor allem mit der abnehmenden Intelligenz der Menschheit, und manchmal mit dem Lockdown sowieso. Das siehst du so. Das siehst du so. Es werden nicht die intelligentesten Menschen zur Schule rauskommen. Das gibt ein gewisse, oder nicht die Bildendsten mindestens, das gibt ein sicheres Problem, ja. Aber KI, dass sie jetzt gerade das Menschen-Ding ablöst und der Partner, könnte man ja sagen, ist dem Schicksal sowieso vorbestimmt. Ja. 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 Okay. Ja. Aber es ist bei den SAP auf jeden Fall, es ist ein Thema. Die ganze KI. Also es geht ja alles ins Gleiche nicht. Also es geht von Cyberbedrohung bis zur KI, haben wir ziemlich viele auf dem Radar, Digitalisierung und so weiter. Eben. Was machen die Grünen hinsichtlich dieser Entwicklung? Tust du dich mit KI überhaupt auseinandersetzen oder sagst, hey, ich bin der Glättli, ich bringe ein grünes Blättli? Nein, das ist ein ganz wichtiges Thema. Digitalisierung ist ein zentrales Thema, wo die Politik sich mehr darum kümmern müsste. Ich war gerade letztens in einem Talk zum Thema künstliche Intelligenz und auch Überwachung und Limiten der künstlichen Intelligenz. Aha. Denn ich glaube, man muss wirklich auch Politik in die Pflicht nehmen. Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll für den Fortschritt der Menschheit. Und wenn es um die Überwachung geht oder eben auch um künstliche Intelligenz, ist immer noch die Frage, was für eine Art von Intelligenz ist das. Und bis heute ist die künstliche Intelligenz auch immer die Wiederholung von dem, was es vorher schon gegeben hat. Also es wird dir das empfohlen, was andere auch schon zum Beispiel gelesen haben. Oder es wird gelernt anhand von tausend Bildern, wenn man trainiert diese künstliche Intelligenz, aber die reproduzieren das, die wiederholen das. Und als Politiker wollen wir vielleicht trotzdem auch noch darauf hinweisen, es gibt auch noch eine Intelligenz, die nicht reproduziert, sondern die schafft Neues. Kreativität, sagt man dem. Und wir finden, die Kreativität, die muss weiterhin ihren Ort haben. Und ich denke, auch bei der Partnersuche. Wäre doch langweilig, wenn wir nur mit denen zusammen kämpfen, die wir schon immer gewusst haben, dass wir sie gerne haben. Absolut. Balthasar, befreie die Schweiz aus der Kette des Algorithms. Sonst kommt es nicht gut. Genau. Algorithmisch. Ich weiss, sonst kommt die 32 Jahre Balthasar. Kennst du den Film? Her. Mit dem Schock in Führung. Nein, kann ich nicht. Der verliebt sich am Schluss in ein Knopfohr. Also aufpassen. Okay. Wir sind Unternehmer. Und wir wissen eigentlich, dass Leadership in der Politik wichtig ist. Ihr seid eigentlich Führungsperson. Ihr solltet eigentlich der Schweiz zeigen, wo es durchgeht. Und ihr solltet transparent sein. Ihr solltet vertrauensvoll sein. Wir haben da ein paar Sachen aufgeschrieben. Und wir brauchen heutzutage Führungsstärke. Und wir müssen globale Zusammenhänge verstehen. Wir müssen den Zeitgeist verstehen. Man muss eben Digitalisierung erkennen. Das ist in der Schweiz absolut die Flöte gegangen. Und da hat man 10-15 Jahre lang gepennt. Und darum ist man jetzt so hintendrin, was Digitalisierung angeht, Technik angeht. Und darum hinkt man auch hinten nachher in der Schweiz. Jetzt ist meine Frage. Wie könnt ihr es schaffen, dass man Führungspersonen hat, die die Leute nicht darüber lachen? Weil oftmals sagt man Politiker, die schnoren sowieso am Volk vorbei. Die schnoren eine Sprache, wenn man nicht versteht. Es sind die Hochbezahlten mit den Chauffeuren, die eigentlich nur Versprechungen machen. Wie könnt ihr Leadership im Volk so überbringen, wie ich es machen würde, wenn ich am Schalltable sitzen würde. Wie könnt ihr in den Leuten eine Stärke vermitteln, eine Sicherheit vermitteln, aber eben auch sagen, wir verarschen euch nicht. Wir sind nicht die Grossverdiener. 2, 3, 4, 500'000 Franken im Jahr. Ihr geht für 50'000 Franken arbeiten. Und ich sage euch aber, was ihr zu tun habt und was jetzt passiert. Wie könnt ihr da wieder auf eine Linie mit dem Volk kommen? Was braucht es? Bist du den Führer? Braucht die Schweiz einen starken Führer? Nein. Also die Schweiz sollte nicht einen starken Führer haben, sondern eine starke Demokratie. Aber dazu gehört auch der Respekt vor den Institutionen. Auch der Respekt vor denen, die dort ihre Arbeit machen. Ich zähle mich dazu. Die müssen aber ihre Arbeit so machen, dass es nicht um sie geht, sondern um das Gemeinwohl. Und das ist das, was ich glaube, unsere Verantwortung ist, dass wir zeigen, okay, es geht uns nicht darum, dass wir selber gut wegkommen, sondern es geht uns darum, dass alle gut wegkommen. Und als Grüne versuche ich das natürlich mit einem bestimmten Fokus. Bei uns ist es vor allem der Schutz der Umwelt. Okay. Der Schutz in dem Sinne der kommenden Generationen auch, die Interessen. Aber eben auch bei Digitalisierung, nicht nur um Beziehung. Früher war die Politik vor allem in Beziehung Mensch-Mensch, oder? Jetzt ist es Mensch-Natur und Mensch-Technik. Und dort können wir etwas Neues in die Politik einbringen, was allen nützt. Absolut. Ich möchte noch schnell bei den Grünen weitermachen und bei der Natur. Ein guter Freund von mir ist jetzt 70, hat sich selbstständig gemacht und hat den Wirkungsweg erfunden. Er geht mit den Menschen einen Tag in die Natur. Und es klingt so rudimentär. Aber hey! Weil er machte heute schon neun Stunden sein Handy weg. Und sagt, jetzt bin ich mit der Natur eins. Ich lerne jetzt Atmen. Ich lerne jetzt einfach nur den Wald wirklich erleben, spüren und mich selber spüren. Also, wo sind wir eigentlich gelandet? Dass es eine Leistung ist, wenn man einen Tag in die Natur geht ohne Handy, Baldassar? Ist das nicht ein Urteil für unsere Spezies, wo man sagt, wir sind eh verloren? Also, sorry. Was ist das? Ja, das zeigt ja ein bisschen. Technik allein kann zwar auch viel Gutes bringen, aber ist allein nicht nötig. Sondern es braucht einen gesellschaftlichen Umgang. Und ich glaube, das ist das Problem. Wir haben unheimliche Fortschritte gemacht. Wenn man sich vorstellt, wir haben eben so einen Computer quasi in der Hand, der zehnmal besser ist als der, den ich als besten Laptop bürge. irgendwie vor zehn Jahren hätte können. Aber was bringt uns mehr Stress? Dann muss ich fragen, okay, jetzt haben wir es überall in die Richtung, richtig gelenkt. Also, man muss als Gesellschaft mit der neuen Technik lernen umgehen. Wenn alle die Erwartungen haben, dass wir jedes E-Mail innerhalb von fünf Minuten beantworten, dann bringt uns das E-Mail nicht, sondern stresst uns nur. Gute Punkt. Gute Punkt. Aber das kann man nicht der Technik quasi anlasten. Nein. Das E-Mail würde warten. Aber der Mensch auf der anderen Seite wartet nicht. Von dem wir als Gesellschaft auch einen vernünftigen Umgang finden. Und für mich ist es jetzt nicht nur die Natur, sondern für mich reicht es schon mit meiner Tochter. Wenn ich meinen Tochtertag habe, wo ich dann wirklich halt einmal das Handy drei Stunden, auch als Parteipräsident drei Stunden auf, nicht gerade den Flugmodus so, das wage ich nicht, aber auf Leisling stellen und dann einfach einmal in einer Pause drauf schaue. Und das muss möglich sein. Das heisst, als Parteipräsident hast du nicht mal drei ruhige Stunden in deinem Leben? Das ist schon noch hart. Doch, aber ich nehme mir die. Ich nehme mir die mit meiner Tochter, dann ist das einfach einmal wichtig. Und ja, ob es dann in die Natur raus ist, oder mit einem Menschen, den man gerne hat, oder ein gutes Essen, den man zusammen hat. Auch das, ich tue Besitzungen, sage ich oft. Jetzt sind wir zusammen. Gut, jetzt im Moment ist wir nicht mehr zusammen, aber so bis zu Corona habe ich oft gesagt, wenn wir auch jetzt schon unseren Arsch bewegt haben, alle von A nach B. Jetzt tun wir das Handy alle zusammen hier am Ecken des Tisches hin, und jetzt schnurren wir über das, was wir schnurren müssen, und den Rest können wir nachher per E-Mail klären. Ja, das kann man machen. Jetzt mal vielleicht noch, was mir wichtig ist, steht es noch nicht auf meiner Agenda, aber wir haben noch eine kurze Zeit, oder? Ein bisschen Real Talk schnell an dieser Stelle. Viele Menschen leiden psychisch, nicht noch physisch. In einem der faktisch reichsten Länder auf der Welt. Mit faktisch einer der höchsten Lebensqualitäten, Balthasar. Und wenn man ein bisschen um die Welt reist, ich habe noch nicht so viele Länder, über 30, aber wenigstens dürfen Besuche und Kulturen kennenlernen. Und ich muss eines sagen, es ist manchmal nicht ein bisschen beschämend, dass wir so viel haben. Und trotzdem so ein dermaßen Steinreiss. Ich fahre verschiedene Tage Zug, und ich wünsche diesen Menschen ein bisschen mehr Lachen im Gesicht. Ich wünsche ihnen, dass sie ihnen besser gehen würde. Und manchmal wünsche ich ihnen irgendwie, dass sie nackt mal drei Monate in Afrika überleben müssen. Und dann vielleicht zurückkommen und sagen, ich weiss da mega zu schätzen, das Schöppchen, das Wöhnchen, die Zeit mit meinen Freunden und Familie. Weil, was wollen sie denn eigentlich noch? Schauen sie alle Kim Kardashian und irgendwelche Milliardäre an und wollen jetzt alle Privatjet fliegen, Balthasar? Was ist eigentlich los mit der Gesellschaft und mit der Psyche, mit der Resilienz, mit der psychischen Widerstandskraft von den Menschen? Was ist los? Ja, also ich muss jetzt vielleicht noch zwei Sachen unterscheiden. Im Moment steigen natürlich jetzt auch die psychische Belastung durch die ganze Schattel, die ganze Corona, die Unsicherheit. Dort ist es ja auch für viele eine wirtschaftliche Unsicherheit. Und dort verstehe ich, dass die Leute Angst haben. Das ist auch unsere Aufgabe. Darum geben wir ja die Milliarden auch aus. Und nicht jetzt schauen, dass die auch zu den Leuten kommen und nicht irgendwo nur im Budget gesprochen bleiben, sondern ankommen bei den Menschen. Aber ganz grundsätzlich, was du sagst, ist eigentlich ein grünes Thema. Nämlich, materieller Wohlstand allein macht nicht glücklich. Du brauchst zwar ein Grundleben. Wenn du Hunger hast, wenn du kein Dach über dem Kopf hast, wenn du keine Sicherheit hast, wenn du keinen Job hast, wo du weisst, morgen kommt auch etwas rein. Dann geht es dir Elend. Aber drüber aus, all dieser Überfluss ist nicht etwas, was uns glücklicher macht, unbedingt. Ich sage dir als Beispiel, das Schönste, was ich mir vorstellen kann, ist, wenn ich mit ein paar Leuten zusammen an einem Tisch sitze, man trinkt ein Glas Wein, zwei, drei, man isst etwas Feins, man schnurrt, man tut die Welt auseinandernehmen und wieder neu zusammensetzen an einem Abend. Man lernt sich von neuen Seiten kennen, man vertraut sich Sachen an, man hat eine gute Zeit miteinander. Und für das brauche ich nicht viel Geld, sondern für das brauche ich Menschen. Sehr oft haben wir die Qualität vom Zusammensein aufgegeben und stattdessen wollen wir immer mehr Müll anhäufen. Und das ist sicher, als Grünen ist das auch eine andere Gesellschaftsvision. Ich finde es schön, dass du diese teilst. Ich meine jetzt nicht wegen dem, wir müssen arm werden, ich meine nicht wegen dem, wir müssen jetzt ruhig werden. Nein, ich habe keinen Bock drauf. Aber wir müssen uns irgendwie, wir merken, zum Teil ist das, was wir uns kaufen, ist nur ein schlechter Ersatz für das, was wir wirklich wollen. Es ist eine Kompensation. Es ist eine Kompensation am Schluss, weil du deiner Selbstbestimmung nicht folgst, den Menschen kommst mit einem Grund auf die Welt, sicher nicht zum Schaffen, Steuern zahlen, depressiv werden und sterben. Und darum, ich finde wirklich, es gehen ein paar Sachen grundsätzlich in der Psyche der Menschen und in ihrem Weltbild komplett schief. Und meine Aufgabe ist in den nächsten 15, 20 Jahren, durch meinen eigenen Weg, den ich gehe und die Sachen, die ich mache, den Menschen näher zu bringen. Hey, ihr habt schon alles, was ihr wollt. Ihr habt schon alles, was ihr euch wünscht, wenn ihr Gesundheit habt, ein Einkommen habt, Familie, Freunde habt und ein bisschen reisen könnt. Ein bisschen etwas gesehen von der Welt, habt ihr schon alles, was ihr braucht? Ja, vielleicht ist es auch das, also manchmal ist es das, was einem reicher macht, ist das, was man gibt, als das, was man hat. Ja, es klingt jetzt so ein bisschen kalenderspruchmässig, aber es hat etwas, weil ich glaube, Beziehungen sind doch das, was einen wirklich reich macht. Genau, genau. Freundschaften, Beziehungen, Mitmenschen, Liebe von diesen Menschen. Also wir kommen da schon auf einen grünen Zweig, das kann ich dir sagen. Ein Wortspiel an dieser Stelle. Meine Frage, wie siehst du das? Brauchen wir eine neue Art von Führungspersonen, transparent, empathisch, die das Volk liebt, um einen anderen Bezug zu der Politik herzustellen? Weil manchmal habe ich das Gefühl, Politik kommuniziert am Volk ein bisschen vorbei. Man hat wie zwei Sprachen. Wie schaust du das? Nein, ich glaube, also zuerst mal die Digitalisierung ist klar. Ich glaube, die haben so ziemlich alle verschlafen, wenn man gesehen, dass man gewisse Meldungen an den BAG noch per Fax übermitteln muss. Ich glaube, da ist einiges in den Amtsstuben verpennt worden. Aber auch in den Schulen, das sehen wir jetzt. Aber jetzt sind wir am Aufholen. Und ich glaube, jede Krise ist auch eine Chance. Die Chinesen haben das gleiche Schriftzeichen für Krise und Chancen. Wenn man sie jetzt packen, dann machen wir das gut. Und dann sind wir auch gewappt über die Zukunft. Dass Politik an den Leuten vorbeirät, glaube ich nicht unbedingt. Ich habe als Gemeinspräsident einmal unsere Kommunikation abändern müssen, weil ich gesagt habe, das verstehe ja kein Mensch. Das ist reines Amtsdeutsch. Aber ich glaube, da ist die Presse zu einem guten Teil schuld, dass sie auch immer noch Kämpfe und Stilisieren und Leute gegeneinander ausspielen wollen. Im Bundeshaus geht das viel. Es geht dazu, was man da auch in den Kommissionen meinen könnte. Also ich glaube, die Bürger verstehen uns schon, wenn man es uns erklären lässt. Okay. Kurzer Input wegen des Bundeshauses. Spontan jetzt. Cedric Wehrmuth ist auch ein Kollege von mir, der hat mir gesagt, nehmt mir mal einen Tag mit. Und dann ist Corona gekommen. Okay. Wie kann ich das machen? Kann ich eine Akkreditierung bekommen? Auch von euch. Ich möchte mir das wirklich mal von ihnen anschauen. Und eben nicht da, wo man von aussen zeichnet das Bild. Ich will es selber sehen. Ich muss die Sachen selber sehen. Andreas, ich muss die Sachen anlegen. Kannst du mir das klar machen? Ich bin nicht ganz sicher. Also meine Mitarbeiterin ist auch Journalistin. Und die kommt auch mal die Lizenz rüber. Nicht zum killen, sondern zum kommen. Das heisst, ich nehme an, als Journalist könntest du auch eine bekommen. Weil sonst ist es relativ schwierig im Moment, Besucher überhaupt hier zu bringen. Ist gar nicht so einfach, gell? Ja, aber kannst du mal auf der Homepage Parlaments.de schauen. Oder ich schicke dir nachher den Link. Irgendwo muss es gerade möglich sein. Aber einfach unter normalen Umständen ist es ja ein Hoffnungshaus sogar. Und jetzt mit Corona machen sie ein Theater. Ich bin ganz sicher. Ich bin ganz sicher übertrieben. Aber meine liebe Zuschauer, Sie haben es gesehen, Korea wird gleich im Wohnungshaus sein. Und wir sind transparent. Neutral. Wenn wir dich einschmuggeln, die Linke können auch transparent einschmuggeln. Wir finden den Weg. Nächste Frage, die mich sehr wundernimmt. Eine These und eine Frage, warum sind die Frauen die besseren Führungskräfte auf C-Level und Management Ebene? Ich würde jetzt nicht gerade behaupten, sie sind die besseren, aber sie sind sicher sehr gut. In der Regel eher ein bisschen zu weich. Das ist aber halt. Wenn sie im Team eingebunden sind, gibt es dann gute Entscheidungen zwischen den Hardliner und den Weichsüder. Aber ich habe mit Frauen sehr gute Erfahrung gemacht als Mitarbeiterinnen. Wirklich sehr gut. Es ist auch immer angenehm in Frauen zu arbeiten. Also von dem her würde ich nicht mehr entsprechen, dass auch Frauen gute C-Level-Personen sein können. Dann die nächste Frage natürlich, wenn man von C-Level und Salär redet. Was muss passieren, damit die Schweiz vielleicht auch eine Vorreiterrolle einnimmt? Was mir auch ein Wunsch wäre, dass man sagt, okay, auf Top-Management Ebene sorgen wir wirklich für gleiche Löhne zwischen Mann und Frau. Das muss nicht passieren. Frauen müssen einfach besser verhandeln. Man weiss das wirklich aus vielen Fragen von Personalleuten, die sagen, wir können ja auch nicht 50% mehr zahlen, wenn es niemand verlangt. Also Frauen müssen besser verhandeln. Sie sind viel zu anständig, viel zu scheuch, die ihr das Licht unter den Scheffel stellen. Ich meine, Frauen können gleich viel bei Männern. Vielleicht nicht gerade alle Frauen, aber die meisten. Und darum bin ich ganz... Übrigens ja Männer auch nicht, das ist ja logisch. Also ich bin sehr fest überzeugt, dass eine Frau richtig verhandelt. Und bei mir, also da muss ich sagen, bis zur Putzfrau verdient jede Frau selbstverständlich gleich wie ein Mann. Also alles andere ist eigentlich anständig. Ja, du als Unternehmer, zwei Unternehmen auch erfolgreich gründet, oder? Ich gründe ja meine eigene Partei. Aber bis jetzt muss ich sagen, haben wir ein paar gleiche Weltansichten. Das gefällt mir. Ich wollte noch etwas sagen... Hast du auch noch ein paar Schnuppern gekommen? Nein, ich übernehme. Ich gehe nicht schnuppern. Hört jetzt zu. Das ist ganz wichtig. Für mich ist wichtig, noch etwas zu sagen, zu dem vorherigen Thema Jobverlust. Jetzt wegen Corona, viele KM-Aussterben aus, viele Arbeitsplätze gehen verloren. Ich habe 10 Jahre HR-Erfahrung und bin auch immer noch in dieser Welt, in dieser Branche und sage euch eins. Ihr müsst nicht in die Bisteller-Position. Ihr müsst nicht in die Opfer-Position. Oh nein, jetzt bin ich gekündigt worden. Ich finde keinen Job. Und dann bitte Bette machen beim Chef und sagen, haben Sie eine Stelle. Sondern föhnt an, eure Qualität erkennen, eure Stärchen erkennen, eure Kompetenzen, fördert diese und geht zu den zukünftigen Arbeitgebern und sagen, schauen Sie her XY. Diese Stelle interessiert mich. Ich habe die, 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 die und die Erfahrungen und Fähigkeiten, die ich reinbringen könnte. Ich könnte das Gefühl haben, dass sie zufrieden mit mir sind und ich mit ihnen. Wie sieht es aus, wenn wir uns mal treffen würden? Alle Stellensuchenden haben ein bisschen mehr Mut, sonst rufen wir an. Das ist sicher ein guter Tipp. Selbstbewusst auftreten, wissen, was man kann. Allerdings muss ich auch sagen, unsere Aufgabe als Politikerin und Politikerin ist natürlich auch, dass es dann solche Stellen in Zukunft gibt. Also jetzt, gerade wenn ich lese, in der Gastrobranche, irgendeinen Jobverlust noch nie dagewesen, seit man die Statistik macht, ich glaube, über 30'000 Jobs, die Ende 2020 verloren gegangen ist. Und da ist es dann manchmal vielleicht auch ein bisschen zynisch, wenn man einfach sagt, ja musst du ein bisschen aufgestellt sein und deine eigenen Stärken voranstellen. Dort muss man auch unterstützen, jetzt wir als Politik, zum Beispiel mit Weiterbildung, Umschulung, dass man neue Wege für die Leute eröffnet. Und das ist eine Chance. Eine Chance auch zum Beispiel durch die Digitalisierung vorzubereiten, dass man da als Staat nicht nur sagt, man hilft den beiden, sondern man hilft auch den Leuten, die dort keinen Job mehr finden. Es bleibt trotzdem ein Fakt, dass ein Lastwagenfahrer in der Regel nie IT-Supporter wird. Da könnt ihr noch lange sagen. Das ist so. Das ist Fantasie. Darum braucht es andere Jobs. Darum braucht es zum Beispiel einen Job im Bereich des Umweltsschutzes. Dort haben wir den ganzen Teil. Gebäudesanierungen. Das ist zum Beispiel etwas, da brauchst du nicht 100 Jahre Ausbildung, sondern da musst du arbeiten können, da musst du anpacken können und da musst du einen Lastwagenfahrer auch. Einfach noch wichtig, weil man nicht beeinflussen kann. Wenn jetzt einer nicht gekündet wird wegen Corona, das kann er nicht beeinflussen, dass er gekündet wird. Der Mensch soll sich nicht mit diesen Sachen auseinandersetzen, die er nicht beeinflussen kann, sondern mit diesen 2-3% übrigens. Ihr könnt überhaupt gar nichts bestimmen, wir meinen es nur. Aber ihr habt in eurem Leben nur 2-3% die das beeinflussen können. Das ist eure Psyche, eure Physis und Fliess und Disziplin. Und darum sage ich, wenn ihr jetzt eine Stelle verliert, könnt ihr von der Politik noch lange sagen, wir schaffen neue Stellen. Die haben keine Zeit. Die gehen jetzt zum RAF, sind jetzt mit der Arbeitslosenkasse und brauchen jetzt einen neuen Job. Dadurch müssen sie jetzt den Mut haben, um zu sagen, dass sie meine Stärchen anrufen und Vollgas geben. Wir kommen zum nächsten Punkt. Wir kommen zum nächsten Punkt. Ich träume von einer Schweiz, wo jedes Kind schon in der Schule lehrt, wie wichtig emotionale Intelligenz für ein gutes Leben ist. Und weltweit ein Ausbildungskonzept etablieren, wo Kinder lernen, Selbstwertgefühle zu entwickeln und nicht Götzenbilder von Social Media zu verfolgen und dann traurig zu werden, weil sie nie so reich werden wie irgendein Kylie Jenner. Also wir haben eine depressiv herangehende jugendliche Generation, wo man gar nicht passt. Weil sie sich vergleichen und mit irgendeinem teuren Markenkleider ihr Selbstwertgefühl kaschieren und ihre Unsicherheit kaschieren. Und jetzt der Weg zu meinem Selbstwertgefühl ist Fantasie, ist Kreativität, ist etwas draussen erleben und nicht im Internet. Und jetzt ist für mich wichtig, für meine zukünftigen Kinder, die Kinder ja noch kennen, aber sie kommen, du hast schon Kinder. Ich will das in einer Welt aufleben und in einer Schweiz, wo sie das in der Schule lernen. Und Algebra ist gut, den Satz von Pythagoras habe ich nie im Leben gebraucht und ich bin erfolgreich. Okay? Aber lehren den Satz von Pythagoras weiter. Aber ich will ein Schulfach, wo es um soziale Intelligenz, emotionale Intelligenz geht, Umgang mit sozialen Medien, wo man einmal da oben im Hinterstübli einmal wirklich mit den Lehrern zusammen arbeitet. Und das Problem ist, oder eine der Barrieren, in der Generation der Lehrpersonen, dass es heisst, nein, nein, ich weiss schon, was ich den Kindern beibringen muss. Ich weiss schon, ich weiss schon, ich weiss schon. Aber es gibt eben auch Lehrpersonen, die eigentlich todtraurige Menschen sind und die eigentlich in meinen Augen nicht vor der Schulklasse gehören. Weil wenn ein Lehrer in der Freizeit alkoholabhängig ist, depressiv ist und vielleicht sogar suizidal gefördert, dann will ich nicht, dass der meiner Tochter etwas vom Leben erzählt. Also ist das Problem unser Schulsystem oder unsere Lehrpersonen oder beides? Man hat ganz viele Untersuchungen, die sagen, die Lehrpersonen sind zentral. Also im Guten wie im Schlechten sind zentral für was an der Schule passiert. Das Zweite, ich glaube nicht, dass man für alles, was an Problemen rum ist, auf der Welt das eigene Schulfach muss machen. Die Medien kommen, da wäre ich sofort dabei. Für eins. Aber ich denke, die Aufgabe, die du jetzt sagst, das ist eigentlich eine Aufgabe, die man integrieren müsste in alle Schulfächer. oder? Dass man quasi sagt, zum Beispiel, wie findet man Informationen? Kann man alles glauben, was online ist? Ist die News oder sind die schönen Bilder? Sind die realen oder sind die fake? Das ist etwas, was ich finde, das gehört in die Schule. Ob jetzt mit dem eigenen Schulfach oder sonst begleitend. Und was du jetzt gesagt hast, ist vorher, hat mir wie das Gegenbild wieder geweckt von dem, was wir vorher darüber geredet haben. Man muss dann auch an der Schule das Gegenbild leben können, dass man nämlich mehr wirkliche Kollegen hat. Das sind nicht solche, die man online hat, sondern solche, die man sieht. Ja. Okay. Einverstanden. Für mich auch noch ein wichtiger Punkt, wenn man schon Tacheles redet. Schule oder Lehrpersonen funktionieren nur oder haben nur wirklich Einfluss auf die Schüler, wenn Schüler eine Art aufschauen zu dieser Person. Das ist auch in der Familie so. Ich rede nicht von Autorität. Ich rede nicht von künstlicher Autorität, sondern von gelebter Autorität. Das ist mein Ding, oder? Das heisst, ich habe so viel erlebt und gemacht, wo ich den Menschen zeigen kann. Hey, schau. Es ist geil. Es ist geil, so frei zu sein wie ich. Und zu sagen, mir ist die Meinung von fremden Leuten völlig egal. Machen doch, was sie wollen. Schreiben, was sie wollen. Denken, was sie wollen. Ich bin glücklich. Mein Leben erfüllt mich komplett. Und darum, dass das Selbstwertgefühl ein gewisses Level erreicht, muss ja die Lehrperson ein gewisses Level von dem haben. Und das scheitert in meinen Augen einfach. Es scheitert in meinen Augen schon dort. Ja, aber das ist ja der Challenge. Das ist ja einer von den schwierigsten Jobs, den man haben kann. Ja, das ist ja. Lehrerin oder Lehrer zu sein. Ich sage das als Kind von Primärlehrerin. Ich habe meine Eltern das relativ gut hingekriegt, aber es hat auch viel Kraft gebraucht. Das habe ich auch bei meinem Vater immer gemerkt. Wie macht man das? Dass man eben nicht eine künstliche Autorität ist, aber dass man doch die Leitplanken gibt. Dass man ein Vorbild ist, ohne zu sagen, ihr müsst alle werden wie mich. Genau. Das ist eine riesen Spannung. Und das braucht viel Kraft und das braucht viel Fantasie und das braucht viel Mut auch. Auch anzustehen, weil ich als Vorbild auch mal eine Schwäche zeigen konnte. Genau. Ich habe das ganz interessant erlebt mit ihm. Ich bin zu meinem Pferd in die Schule. Ja. Das ist eine besondere Situation, oder? Und dann haben wir gesagt, okay, ich sage nicht Papa, ich sage ihm den Vornamen, weil Herr Glättli sagt, es wäre auch nicht komisch gewesen, aber irgendwie Papa wäre auch nicht komisch. Und dann habe ich auch gemerkt, er hat nicht Souveränität entwickelt. Zum Beispiel, der Mann hat einen rausgestellt. Er hat gedacht, der hat Scheiss gemacht. Ich habe gewusst, es war nicht der, sondern jemand anderes. Dann habe ich gesagt, du Rolf, also mein Vater, du Rolf, du hast den falsch herausgestellt. Ich sage dir jetzt nicht wer, aber du hast den falsch herausgestellt. Und dann hat er mir das Vertrauen zurückgegeben und er hat gesagt, okay, ich nehme den wieder rein. Ohne, dass ich auch pätzen musste. Aber das ist ja Souveränität von einer Leitungsperson, von einer Führungsperson, von einem Lehrer, die sicher nicht alle haben. Der hat sicher sein Ego gut im Griff gehabt. Das kann man schon mal sagen. Und Freunde, ihr wollt alle hier machen, ihr wollt alle Geld verdienen. Hört mal auf, Geld ist nur Energie. Schafft ihr euch Energie? Ich träume von einer Schweiz, Andreas, wo jedes Kind schon in der Schule lehrt, wie wichtig emotionale Intelligenz und ein gesundes Selbstwertgefühl ist für die Zukunft, für Erfolg im Job, im Leben, für persönliches Glück und nicht die Depressionen, die ich hier überall sehe, weil man sich im Instagram mit irgendwelchen Götzenbildern vergleicht und irgendwelche Fantasievorstellungen einpflanzt bekommt, die einen nur depressiv machen können, wenn man sich vergleicht. Ich möchte, dass die Schweiz und das ist meine Lebensaufgabe im Bildungsbereich Vorreiter wird und sagt, wir brauchen ein bisschen mehr Reise. Und das ist nicht, weil ich Narzisst bin oder irgendetwas, aber etwas habe ich und das ist ein gewisses Selbstwertgefühl und das öffnet mir viele Türen auch, dass ich mit dir und mit Anna sprechen kann. Und ich wünsche mir das für die Jungen, weil ich sehe, dass die Jungen zu fest irgendwo hinschauen, zu irgendeiner Kim Kardashian oder was auch immer und das macht dich kaputt. Das macht dich kaputt. Kannst du mir sagen, wie ich das schaffen kann oder wie man das gemeinsam schaffen kann, dass die Schweiz wirklich vorgeht, weil ich will nicht die Menschen, ich will das nicht sehen, ich habe das nicht gesehen, es tut mir fast weh, ich will Menschen, die mit Selbstbewusstsein in die Welt rausgehen. Und das muss in der Kindheit passieren, weil du weisst, die Kindheit ist die prägendste Zeit. Erstens ist das auch so, zweitens müssen wir vorgehen. Ja, unbedingt. Ich meine, nur als Selbstbewusstsein gibt es nachher auch eine Eigenverantwortung, handelnde Menschen und in der Regel auch gute Unternehmer. Aber ich meine, das mit Instagram ist auch zweischneidig. Es gibt dort auch Vorbilder, positive Vorbilder. Und die Leute vielleicht auch an sie raufschauen und sich auch ein Beispiel nehmen, was man werten und machen könnte. Es gibt wirklich gute Beispiele. Aber ich gebe dir recht, also der Kind, der da zum Teil abgeht, ist sicher nicht förderlich. Vor allem auch für Kinder, die das unnachbar anschauen. Aber selbstbewusst, gesunde, Menschenverstand, Kinder, wenn man so will, bildete Kinder, vor allem, mir wäre das grösste Anliegen, alle müssen unsere Sprache können. Also man sollte eigentlich, salopp gesagt, niemand in die Schule lassen, bevor er unsere Sprache kann, damit sie wirklich die gleiche Chancen haben, zu starten. Also von selbst. Aber die Sprache, dass man wirklich schaut, die von den bildungsfernen Elternhäusern und die von den ausländisch sprechenden Elternhäusern, dass die wirklich die Sprache einfach können. Und da sollte man viel mehr Power darin geben, dass sie das können und dann haben sie die gleichen Chancen, zu starten. Das wäre das Wichtigste. Gibt es einen konkreten Lösungsansatz, um die Bildung oder vor allem das Lernen der Sprache, was ja auch, das ist sicher wichtig, dass man die Landessprache beherrscht, weil man bewerkzeugt in diesem Land, das ist sicher gut, oder? Hast du einen konkreten Lösungsansatz? Ja, einfach weg von den Sozialfuzzis und hin zum konkreten Unterricht. Das ist wirklich, also ich sehe es jetzt gerade, wie bei einem Mädchen bis zur dritten Klasse lernen wir nicht richtig zu schreiben, sondern wir lernen so zu schreiben, wie wir es hören und ab der vierten sollten wir es dann können. Und da muss ich einfach sagen, das ist eine Katastrophe. Das ist einfach, also die Bildungsexperimente müssen jetzt gestoppt werden, wir müssen zurück zur Schule und wir müssen wieder Schule gehen, am liebsten wieder Frontalunterricht, einfach damit die Kinder wieder etwas lernen. Das wäre so, so wichtig. Und dann haben wirklich alle die gleichen Chancen. Und die Aufgabe hat das Bildungsdepartement? Ja, selbstverständlich. Und die Elternhaushalt schon auch. Ich meine, also wenn man das Kind nur vor die Kiste setzt, also vor der Fernsehmeine oder vor der PC, dann lernt es auch nichts. Ich habe meinen Kindern vorgelebt, dass man auch mal das Buch lesen kann und das ist wirklich das Wichtigste. Bildung, 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 lesen, 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 Freunde, schau nicht die ganze Zeit in den Matsch ein, wir machen doch noch vieräckige Äugle, he? Bleiben wir nicht. Wir kommen zum letzten Punkt, leider Zeit fliegt. Regie ist mir schon im Ohr. Jetzt kommt Klipp und klar. Ich nenne dir zwei Begriffe. Du musst dich für einen entscheiden und kurz begründen. Ok. Grüne oder THC? THC, weil die kann man rauchen. Ja. Auch schon gemacht? Sicher. Gut. Ist jetzt länger her, jetzt bin ich 50, knapp 50, ist nicht mehr so jetzt meine Lieberes quasi. Aber in dieser Zeit gab es auch natürlich. Sehr gut, sehr gut. SVP oder THC? SVP, weil das Zündern ist. Kann ich falsch vermuten. Bierli oder Sküppli? Ah, bin ich jetzt bei Bierli. Wegen? Weil es in der Schweiz gebraut wird. Bierli oder Sküppli? Oder Sküppli, Entschuldigung. Mein Gott. Ja, Bierli oder Sküppli. Wenn du mich fragst, Sküppli, sage ich Sküppli. Gut. Nein, Bierli oder Sküppli. Bierli oder Sküppli. Bierli oder Sküppli. Mhm. Bierli. Gut. BAG oder pure Anarchie? Ist das nicht dasselbe? Oh, Blick, Blick. Meine Meldung, meine Ausmeldung, das gefällt mir, Balthasar. Ich brauche Schlagzeile. Ja. Und? Was nimmst du denn? Also ist es dasselbe für dich? Nein. BAG, weil die hat noch einiges zu tun und ich hoffe, dass sie es auf die Reiche redet. Und Anarchie sind einfach brännende Autos. Okay. Gut. Ja, Jan. Aha. BAG reformiert gerne. Anarchie ist kein Zustand, in dem ich mich befinde. Wir wollen keine brännende Autos auf der Strasse. Gut. Genau. AirProduct AG oder CareProduct AG? Oh, das ist jetzt nicht fair. Sie sind beide super Firmen. Air habe ich halt angefangen. Das war mein Start. Das war mein Beruf. Eigentlich recht abgewandelt. Ja. Unternehmer oder Politiker? Ja, viel lieber Unternehmer. Es spielt die schöne Rolle. Aha. Mann, höre ich. Universitätsstudium oder Studium abbrechen und trotzdem etwas aus sich machen? Ja, das Zweite natürlich. Das war mein Weg. Sehr gut. Sehr gut. Du bist übrigens noch Buchautor. Geht googeln. Interessantes Themen, das wir noch auseinander gesetzt haben. Genau. Schwarz oder Weiss? Ich bin für die Grautöne. Ich finde, man meint viel zu viel Schwarz-Weiss in der Politik. Gerade auch nur Grautöne oder man könnte noch viel schöner sagen die ganze Farbe vom Regenbogen. Schön. Ja, also als Farbe lieber Weiss. Ja, nehmen wir Weiss. Luke Skywalker, Star Wars oder Darth Vader? Ich habe beides nicht verfolgt, aber in der Arena haben sie mal geliebt mit Darth Vader. Haben sie dich? Ja. Luke natürlich. Okay. Füdle oder Auge? Was ist das für eine Frage? Keine Ahnung. Steht da drauf? Ich habe nichts dafür. Äh... Auge. Gut. Ich finde die Auge extrem wichtig. Auch bei einer Frau zum Beispiel. Aber generell beim Menschen, wenn man in die Augen schauen kann, weiss man sehr viel. Spiegel zu der Seele. Ähm... Stadt oder Land? Ja... Ich habe lieber Land. Okay. Wieso? Da wohnen einfach noch andere Leute und ich bin auf dem Land aufgewachsen. Kanton Glarus. Also von dem, wir wohnen jetzt wieder auf dem Land. Ja. Grüße alle Glarusser übrigens. Geil sind. Ich bin Glarner. Oh! Alle Glarner natürlich. Stadt. Ich bin ein Stadtmensch. Stadtmensch. Zürich? Zürich. Ich zügele mehr auf Zürich und verlaue Aarau. Alle Aarauer. Ich liebe euch. Aber Zürich, du hast mein Herz errobert. Gut. Ja. Kann ich verstehen. Zusammen oder gegeneinander? Zusammen. Zusammen sind wir stark. Also bei der aktuellen Politlandschaft ist natürlich Konfrontation wichtig, um nachher die bessere Lösung zu finden. Bringt Konfrontation auch mehr Aufmerksamkeit für seine eigenen Botschaften und Anliegen? Nein. Die Bürger haben eigentlich nicht gerne Konfrontation. Die hätten sie lieber. Man würde in Harmonie miteinander durch die Gassen laufen. Ja. Mit dem grossen Nachteil, dass dann gar keine Lösung rauskommt. Sondern eben, man muss um die richtige Lösung bestreiten, muss man kämpfen. Das heißt, du sagst, es braucht Konfrontation? Unbedingt. Entschuldigung. Wir haben das Konkordanz-Regierungssystem. Und da hat es Leute, die ganz komische Ideen haben. Und dann gibt es die SHP. Und da lohnt es sich, die Lösungen gegeneinander aufzuwerten. Und zu fighten, um die bessere Lösungen zu finden. Auch wir haben nicht immer recht. Okay. Das hast du jetzt gerade gesagt. Mhm. Du hast es jetzt gerade gesagt. Die SHP hat nicht immer recht. Genau. Manchmal hätten wir härter sein müssen. Ah. Ich wusste, da kommt mir etwas. Gut. Du. Rechten Flügel oder an der Sturmspitze? Oder was? Oder an der Sturmspitze. Wo ist deine Positionierung? Rechten Flügel oder die Sturmspitze? Immer dort, wo es mich braucht, stehe ich. Ah. In der Regel Sturmspitze. In der Regel. Gut. Ich bin eher ein linker Flügel. Du hast es verstanden, oder? Gut. Eben, zwischen den Zielen. Es ist nicht alles schwarz- und weiss-freund. Jetzt habt ihr gerade ein gutes Beispiel bekommen von Balthasar. Oder? Ich würde auch antworten darauf. Auf die sehr schlauen, doppeldeutigen Fragen natürlich. Die nicht von mir sind. Globalisierung oder Entglobalisierung? Wir sind in der letzten Video. Alter-Mondialismus, wie das auf Französisch heisst. Also eine andere Globalisierung. Globalisierung von unten, nicht von oben. Nicht Globalisierung von den Konzernen, sondern Globalisierung von den Menschen, von der Freundschaft, von der Zusammenarbeit. Ja, das wäre etwas. Globalisierung ist okay. Mit allen Leitplanken, die es braucht. Ich finde, Globalisierung hat uns extrem viel gebracht. Mhm. Amerika oder China? Wer ist der bessere Freund? Amerika mit Trump wäre okay. Und jetzt? Wenn wir gerade dabei sind, was ist mit dem Mr. Biden dann? Das ist eine Katastrophe. Und wenn der abtankt, das wird ja natürlich oder unnatürlich in den nächsten zwei, drei Jahren passieren, dann kommt es dann ganz schlimm. Also darum, China ist halt einfach eine gewisse Gefahr. Das wird einfach unterschätzt. Ich bin sehr oft in China, gerne in China. Geschäftslein in China. Aber unterschätzen die Leute nicht. Was ist die grösste Gefahr in Zukunft, wenn wir China anschauen mit der Weltwirtschaft? Was sie für einen Impact haben auf die Weltwirtschaft? Drücken sie einfach den Preis noch weiter runter? Nein, nein. Aber sie haben in Afrika die entsprechenden Zugänge zu den Ländern mit Bodenschätze. Sie haben über die neue Seidenstrasse zu tun. China wird... Die denken nicht in Generationen. Die denken in Jahrhunderten. Und die werden uns so schwer Sorgen machen. Also... Wenn ich auswandern würde, würde ich eher in die USA schlicht, weil ich lieber ins Land gehe, wo ich die Sprache verstand. Ah, okay. You speak English, oder? Jepa. No Chinese, oder? Okay. No Chinese. Mein letzter Lieblingspunkt, das ist keine Frage, oder musst du dich entscheiden. Sag einfach, was dir dazu einfällt. Weltfrieden. Go, go. Also möglich? Möglich? Und scheinbar von den wenigen nach 40 Folgen, die das sagen. Ja, es liegt bei uns. Ich finde immer, also... Dass es schwierig ist, heisst nicht, dass wir es nicht versuchen sollten. Wirklich schön, wenn es so wäre. Aber vermutlich nicht erreichbar, weil es immer irgendwo ein paar Spinsiechen gibt, die Kriegerlen wollen. Kriegerlen, oder? Hast du es so schön salopp ausgedrückt? Ja. Okay, ähm... Perfekt. Du! Wir sind fast wieder am Ende leider. Aber! Aber! Ich habe natürlich noch das Gedicht geschrieben, an die Schweiz. Ich denke da, in unserem Tag ist das der richtige Moment, oder? Ich tue das schnell vortragen. Es ist ein Ode an die Schweiz, an meine Heimat, der mich so akzeptiert hat, wie ich bin, und sie dann gemacht hat, was ich bin. Achtung! Liebe Schweiz, du trittst im Morgenrot daher. Du nimmst mich, wie ich bin, und du bleibst immer fair. Du weisst, dass mein Gefieder bunt ist wie aus Rio, doch du lässt mich fliegen lassen, und das macht mir Eindruck. Du bist ein Paradies, und das möchte ich mir bewahren. Du kannst hier alles erreichen, musst nur hart sein und arbeiten. Du gibst mir die Chance, und ich will mich bedanken. Wenn du es wirklich willst, gibt es in diesem Land keine Schranken. Meine geliebte Schweiz, ich möchte mich revanchieren. In 15 Jahren als Bundesrat, lass uns das riskieren. Danke, Schweiz. Wow, sensationell. Hä? Sensationell. Oh, danke vielmals. Und jetzt bin ich als Bundesrat, 15 Jahre, ich bin jetzt 34. Andreas, du weisst das, ist es überhaupt realistisch? Ja, doch, es hat eigentlich jeder Bürger Chance. Und in diesem Sinne, ja, go for it. Komm in die richtige Partei, und wir helfen dir. Du, ey, ich höre immer alles an, du weisst. Wir sind immer neutral, wenn immer alle Seiten eine Stimme geben. Weisst du, wieso? Wir reden nicht über andere, wir reden mit anderen. In diesem Sinne bedanke ich, dass wir mitgebracht haben. Deine letzten Worte an unsere Zuschauer, jetzt gerne von dir. Kopf hoch, es kommen wieder bessere Zeiten. Lernen wir mit dem Virus leben. Und danke vielmals, dass ich an dieser Show teilnehme. Sehr gerne, Andreas. Das sind auch meine abschliessenden Worte. Bleibt positiv, das sage ich sowieso immer. Bleibt voller Power. Habt eure Liebsten mal gekommen, sind für eure Liebsten da. Und vor allem, bleibt aktiv, ernährt euch gut Schlaf, viel, bla bla. Da könnt ihr Gas geben. Und wenn ihr Inspiration braucht, wie es Andreas gesagt hat, im Instagram gibt es nicht noch Seicht. Kommt zu mir, schaut euch das alles an. Wir haben genug Inspiration für euch alle. Meine lieben Freunde, bleibt gesund, macht kein Seicht. Ich würde sagen, wir winken mal in die Kamera, Andreas. Super, danke. Macht's gut. Tschüss zusammen. Gute Zeit. Ladies and Gentlemen, ich hoffe es hat euch gefallen. Es war mega spannend. Das ist der Baldassar Glättli. Hat mich sehr gefreut. Hat mich sehr gefreut. Alles klar. Thanks for having me. Sehr gerne. Wir winken in die Kamera und wünschen euch alles Gute. Bleiben gesund. Tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.